Eigentor! Ich fasse es nicht! Robben! Eidus Phosphor! Es explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live! Ein fantastischer Montag, dank dir Ralf. Ach! Was poolst du da in deinem Cappuccino rum? Ist das die aktuelle Nachfrage nach mehr? Der ist kalt! Können wir ein Cappuccino finden, Ralf? Der kühlt uns sonst aus hier! Ich trinke doch nur maximal drei pro Jahr. Cappuccinos? Drei pro Jahr? Und heute ist der eine? Heute ist der zweite. Der erste war bei Almost Daily, das ist der zweite. Aber es ist ja kein normaler Cappuccino. Sondern eine mit Schoko. Noch schlimmer für die Hüfte. So, wir haben noch ein Spiel offen. Wir würden eigentlich noch zwei Stunden drüber sprechen, aber das machen wir nicht. Denn wir haben noch zwei fantastische Gäste, wir haben noch einen Liebling der Woche, wir haben noch so viele Dinge zu bereden. Deswegen halten wir uns ein bisschen kurz und verschieben das dann auf die Woche drauf. Weil, seien wir mal ehrlich, über die Alleinherrschaft Bayern Münchens kann man wahrscheinlich jede Woche mit Berechtigung sprechen. Deswegen nur ganz kurz zum Spitzenspiel. Bayern gegen Borussia Dortmund 5 zu 1. Was eine Klatsche. Tobias, hast du damit gerechnet? Ne, ich habe ja 3 zu 1 getippt, glaube ich. Das ist eine sinnvolle Antwort. Ne, habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Es war auch ein bisschen zu hoch, muss man sagen. Also die Bayern haben mal wieder für so gut wie jede Chance reingemacht. Ralf guckt mich schon so an, als ob ich verrückt geworden wäre. Nein, aber... Du unsicherst den Mann total. Nein, aber... Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber wenn du Stürmer dieser Klasse hast und du bekommst solche Chancen... Also welches Tor war halt so, dass du sagst, den macht nur ein guter? Lewandowski war relativ lange als Chancentod verschrien, muss man auch mal sagen. Also bei seiner Zeit bei Dortmund und auch in der ersten Bayern-Saison, da hat er gerne mal zwei Chancen für ein Tor gebraucht. Und die beiden langen Bälle, also das 1-0 und das 3-1, die kannst du beide relativ simpel verteidigen auch. Also über die momentane Form von Lewandowski brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht sprechen. Das ist ja ganz weit weg von gut und böse. Also da kommt ja nur unser heutiger Geheimgast noch ran. Aber es ist halt einfach so, dass die Qualität momentan so wahnsinnig hoch ist und man so wahnsinnig fokussiert einfach spielt. Und auch wenn man 3-1 führt, ich meine, Bayern war ja lange Zeit auch so, okay, wir führen jetzt 1-0, vielleicht 2-0 und jetzt wird verwaltet. Nee, die machen einfach weiter. Und dann kommt das zum Tragen, was du gerade sagtest. Gerade das mit den langen Bällen, die kann man halt auch verteidigen. Beziehungsweise da kann man vielleicht den, der den langen Ball spielt, in dem Fall Boateng, der für mich ein Riesenspiel gemacht hat, anders angreifen beziehungsweise stören. Dann kann er sie auch nicht so entspannt spielen. Aber wenn du so eine Mannschaft natürlich so spielen lässt, dann knallt's. So eine Mannschaft so spielen lässt. Die Frage ist doch, wie kann man das verhindern? Weil vorgenommen hat Dortmund sich das mit Sicherheit nicht. In den ersten 20, 30 Minuten, da sah das auch ganz passabel aus. Da hat Dortmund auch gut mitgehalten. Aber dann irgendwann sind sie zusammengebrochen und sie sind nicht die erste Mannschaft. Wolfsburg hat eine Klatsche bekommen. Selbst der HSV hat eine Klatsche bekommen in München. Ich meine, eigentlich hängt mir diese Frage zum Halse raus, weil sie jeder stellt. Und jeder jedes Jahr seit, das war schon bei Otto Rehagel so, als der noch bei Bayern München Trainer war, und der hatte nicht mal Erfolg. Selbst da wurde das schon gefragt. Man fragt es jedes Jahr wieder, sind die Bayern noch aufzuhalten? Ist der Platz an der Sonne für alle Ewigkeiten vergeben? Ist die Bundesliga etwa langweilig? Haben wir schottische Verhältnisse, Tobias? Was ist da dran? Kann ich dir jedes Jahr dieselbe Antwort geben? Bitte was? Kann ich jedes Jahr dieselbe Antwort geben? Oder? Ist wirklich so. Aber ich meine, was man bei Bayern München erkennen kann, ist, dass sie auch in der Breite sehr viel getan haben. Man hat letztes Jahr, als es dann auf die Zielgerade ging, haben sie gegen Barcelona ohne Robben, Ribéry und Alaba spielen müssen. Richtig, ja. Und das hat einfach nicht funktioniert. Daraus haben sie offensichtlich gelernt. Ribéry ist seit sieben Monaten verletzt, Robben ist auch jetzt längere Zeit wieder… Alle beide, ja. Und Robben hat Länderspielpause übrigens abgesagt, also bleibt in München, um sich fit zu machen. Aber man hat halt gemerkt, das fehlt. Dieser Kern der Mannschaft fehlt. Jetzt hat man einen Vidal dazu bekommen, man hat einen Costa, der fantastisch funktioniert. Costa Coleman, die halt… Den Coleman dazu. Also, was ich damit sagen will, ist, dass halt so viel Konkurrenz im Kader ist, dass auch dieses Verwalten, was du glaube ich gerade auch gesagt hast, vielleicht gar nicht mehr so funktioniert, weil alle Bock haben, solange sie auf dem Platz stehen, auch das zu zeigen, was sie können. Und sie sind halt wahnsinnig variabel. Du hast… Ich war gegen Wolfsburg im Stadion und hat… Wolfsburg hat in der ersten Halbzeit den Bayern richtig Probleme bereitet und sind ja auch in Führung gegangen. Und Bayern hat kein Mittel gefunden. So, aber dann hast du halt an der Seite einen Trainer, der sich das halt mal kurz anguckt, sich mit seinen Co-Trainern berät und dann die richtigen Lösungen findet. So, und dann bringt er halt einen Lewandowski. Gut, dass der jetzt einen absoluten Sahnetag hatte, kommt halt noch dazu. Aber dann gibt's halt taktische Umstellungen, dann gibt's neue Anweisungen. Und dann wird halt auf das, was sich der Gegner zurechtgelegt hat, reagiert. Und dann wiederum schafft's der Gegner nicht, darauf zu reagieren. Insofern, und das ist… Mental. Das ist noch nicht mal mental, aber das ist eine Qualität auf so vielen Ebenen. Und gerade diese Variabilität ist halt wahnsinnig wichtig für das Spiel der Bayern. Ich meine, die spielen ja nicht nur ihren Stiefel, sondern die reagieren auf jede mögliche Situation. Ich meine, selbst wenn sie zu zehnt sind, wie in der Champions League, noch in der letzten Saison… Bei Manchester. Richtig. Selbst mit zehn Mann wird's gegen die Bayern nicht leichter, weil da kommen so viele Komponenten zusammen, die jeder Spieler ins Spiel bringt, dass es wahnsinnig schwer ist, diese Mannschaft zu stoppen. Aber das sind auch nur… Entscheidend wird's dann erst Richtung Februar, März, April, wenn's dann ans Eingemachte geht. Wobei… Ja, ich würde da gerne, wenn du schon mal da sitzt, haben wir nicht immer die Gelegenheit, dann eine Frage stellen. Weil du hast ja vorher aber auch gesagt, andererseits, dass man so ein System nicht innerhalb von zwei Tagen einstudieren kann. Richtig. Aber wie kann es denn sein, dass die Bayern die einzige Mannschaft sind, die einfach im Spiel so plötzlich… Ich hab's ja aufgezeichnet am Anfang 3-4-3, dann war's zwischendurch 3-5-2, was weiß ich. Die haben ja alles 4-3-3-4, kannst du nennen, wie du willst. Wie kann es denn sein, dass die Bayern das können und die anderen bei den anderen so Schwierigkeiten damit haben? Bei Bayern spielst du nicht nur, weil du den Ball tausendmal hochhalten kannst und der andere das nur 800 Mal. Also das ist das, was ich meine mit Qualität auf ganz vielen Ebenen. Und das ist eine Qualität, eine körperliche, eine mentale Qualität, eine taktische Qualität, eine taktische Variabilität, dass du im Prinzip ein… Du hast auf jeder Position komplette Fußballer. Wenn ich dich jetzt frage, nenn mir die Schwäche von Mario Götze, dann sagst du vielleicht Kopfballspiel. Nenn mir die Schwäche von David Alaba. Das wird schwierig. Das wird schwierig. So bei Götze ist es aber auch nur der Größe geschuldet, aber ansonsten ist der Junge auch sehr komplett. Der kann wahnsinnig gut mit dem Ball umgehen, hat eine sehr gute Technik, taktisch geschult mittlerweile. Nicht die Geschwindigkeit eines Costa. Wenn er auf außen spielt, was er oft muss, obwohl viele Leute sagen, er ist eigentlich ein zentraler Spieler, dann hat er nicht die Geschwindigkeit… Jetzt vergleichst du ihn aber mit einem… Du brauchst nach Schwächen. Ja, absolut, aber jetzt vergleichst du ihn auf einem Niveau. Ja, das ist korrekt. Auf einem Niveau, wo es neben Costa wahrscheinlich noch fünf in Europa gibt, die ähnlich schnell sind. Ja, aber das ist ja genau das, was den Unterschied dann ausmacht. Du siehst ja Aubameyang zum Beispiel, der durch seinen Tempo einfach auch eine Qualität reinbringt, wenn du ihn nicht kontern kannst, sag ich mal, durch Gegentempo. Richtig. Nein, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass die Bayern in allen Bereichen, die in irgendeiner Form spielerelevant sind, Spieler haben, die höchste Qualität haben. Und deswegen können sie eben auch so flexibel reagieren. Und das sind Dinge, die sie minutiös im Training sicher arbeiten, in der Vorbereitung. Da wird nicht nur ein System trainiert, sondern Leute, pass auf, das ist System A, B, C und D. So, und wir fangen mit A an und wenn der Gegner entsprechend reagiert, switchen wir sofort um auf B. Sei es jetzt ein Verschieben auf dem Feld, das du aus dem 3-5-2, 3-4-3 machst zum Beispiel. Oder ein personeller Wechsel, wie jetzt in der Halbzeit Wolfsburg, wo er Lewandowski und… Wen hat er gebracht? Hat er Lewandowski gebracht, dann Bernhard ging raus und Thiago ging raus. Ich weiß gar nicht, wer der Zweite war. Und hat Costa von der rechten Seite auf seine starke linke Seite gestellt. Das waren zwei personelle Wechsel plus ein Positionswechsel und trotzdem kannte jeder seine Aufgabe und hat das entsprechend umgesetzt. Also das ist schon in sehr vielen Bereichen allerhöchstes Niveau. Ja. Ihr Lieben, wisst ihr… Und das ist auf Dauer, da verstehe ich dich, nervig. Das ist auf Dauer nervig, das stimmt, aber es ist nicht so, dass nur bei Bayern München ein Weltklasse-Niveau zu finden ist. Ich habe zum Beispiel neulich zu Besuch beim Spiel Tos Hasefeld gegen Tesor Ettelsen. Das ist in Lüneburg, Landesliga Lüneburg. Ja. Und da habe ich ein Tor gesehen. Ich weiß nicht, kennt ihr Kai Ohle Ehrlich? Ja, ich habe viel davon gehört, ja. Ja, Kai Ohle bringt ein Weltklasse-Niveau in die Landesliga Lüneburg rein, was auch einfach den Unterschied macht. Und da sieht man, dass es nicht nur bei Bayern München Weltklasse-Spiel gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe ein Video gedreht davon, ich habe eine Kamera dabei gehabt. Ich zeige euch mal jetzt, das ist eins von vielen Toren, die Kai Ohle schießt in der Landesliga. Aber das ist das, was ich jetzt letzte Woche habe. Können wir mal. Und da ist er fünf. Ich bin wieder da, ja, ne? Hast du gesehen, wie der den gemacht hat? Ja, großartig. Und du wirst es nicht glauben. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheuert. Ich bin in die Umkleidekabine reingerannt, da waren die alle noch nackt. Und ich habe gesagt, ich brauche jetzt den Kai Ohle für meine Sendung. Aber angezogen. Ja. Nee, nee, doch nicht. Können wir ihn nochmal schnell überziehen? Haben wir einen Bademantel für ihn? Nein, oder? Weil jetzt haben wir ihn in der Sendung zu Gast, Weltklassenspieler, Landesliga-Lieburg. Jetzt wir um Kai Ohle. Ehrlich. Ehrlich, Mann. Freue mich, dass du da bist. Moin. Moin, moin. Setz dich. Boah, was ein Ding da. Ja. Kannst du das nochmal? Wollte ich gerade fragen. Was hast du dir denn dabei gedacht? Sag mal. Was machst du denn da? Wie geht denn das? Denken kann man dabei nicht. Aber ich habe halt keinen Linken. Hast du halt keinen Linken? Das ist ehrlich. Verrenken dann. Wenn ich mit links schießen könnte, hätte ich den vermutlich mit links geschossen. Wäre auch in den Winkel gegangen. Aber dann wäre er drüber gegangen, das kann ich dir sagen. Wie war das für dich so? Ich glaube, der wäre nicht mehr angekommen. Also du schießt das Tor und dann kriegst du schon so ein orgasmusartiges Gefühl. Und dann wird einem gesagt, das habe ich aufgenommen. Ja. Dann denkst du jetzt, das habe ich ausgesorgt. Ja, ehrlich gesagt gar nicht. Also dieses Orgasmusgefühl, den du gerade beschrieben hast, den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil wir zu dem Zeitpunkt, das war 82. Minute. Ja. Wir lagen 3-0 hinten. Das war das 3-1. Genau. Das war das 3-2. Aber ganz kurz, wenn dir 3-0 hinliegt und du machst so ein Ding, das ist halt auch schon... Ja. Ein Mitspieler meinte nach dem Spiel auch, also unser Trainer war natürlich auch auf 180. Also, was heißt... Wir waren natürlich nicht zufrieden, weil wir zurücklagen. Ja. Und ein Mitspieler meinte auch nach dem Spiel, Alter, du musst aber richtige Eier haben, dass du ihn beim 0-3 dann so schießt, wäre der nicht reingegangen. Die Eier quetschst du dir ja auch, wenn du das so machst. Ja. So komisch hinterm... Und hättest du den Ball nicht reingemacht, dann... Hättest du einen ausgeben müssen. Ja, und vor allem erstmal auf die Tribüne setzen wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Aber wo spielst du eigentlich so? Linke Außenbahn. Aber da standst du ja völlig falsch. Ja, linke oder rechte Bahn. Also wir tauschen ja. Tobias, kannst du das mal analysieren? Ich kam ja da von der rechten Seite reingezogen, weil ich gesehen habe, dass die Flanke gleich kommt. Achso, und dann hast du... Und dann hast du dich quasi in den... In den Rücken, habe ich gesehen. In die Zwischenzone. Inwärts in den Halbraum einrückender Außenstürmer. Oh, um Gottes Willen. Wahnsinn. Genau, das heißt, du spielst beim Toss Hasefeld. Genau. In der J.S.G. Arndorf-Briedling. Hast du schon mal gegen J.S.G. Arndorf-Briedling gespielt? Nein. Soweit habe ich es nicht geschafft. Ja, gut. Die sind vorbei. Du hast bei uns mitgemacht. Du hast nämlich ein E-Mail geschrieben. Ja, lass mich doch mal machen, Gunnar. Greif doch nicht hier ein von... Du kommst doch auf die Tribüne. Ich mache gleich den Dieter Hecking mit dir. Du kannst dich gleich schön oben hinsetzen. Nee, nee, unter die Tribüne. Auf die Straftrippe. Pass auf, ich habe eine Überraschung für dich. Du hast es vielleicht mitbekommen. Du wurdest ja nominiert für die beiden Länderspiele jetzt. Die jetzt auch stehen. Kein Scheiß. Und wir haben da auch von Jogi Löw mal ein paar Stimmen zu eingesammelt. zu deiner Nominierung. Die hören wir uns jetzt mal an. Okay. Ja? Was seine Spielweise betraf. Ich meine, wir hatten ihn letztes Jahr schon einige Male gesehen, als er in Braunschweig gespielt hat. Seine Stärken, seine Vorzüge sind sicherlich die, dass er einfach auch die freien Räume gut erkennt. Er ist ein Spieler, der den Ball spielt und in die Räume wieder reingeht. Und mit seinen technischen Möglichkeiten er auf jeden Fall dann auch, sagen wir mal, für so Dinge sorgt, die einfach auch gut sind, technisch gut sind. Er sieht dann den freien Spieler, wenn er mal außen durchbricht. Und er hat dann verschiedene Lösungen drauf. Aber was gut, was bei ihm auffällt, ist auch im Training seine Bewegung. Freie Räume zu erkennen, ohne Ball und da rein zu gehen. Und wenn er da an Ball kommt, dann hat er eben auch diese Fähigkeit, sich wieder gut zu lösen mit Doppelpässen oder mit Spiel und dann wieder weiter gehen. Also das ist schon auch augenfällig. Das ist eine gute Qualität von einem Spieler, der eben auf dieser Position spielt. Ja, Kai Ole. Wie hat er dich analysiert? Treffend? Wie siehst du das? Ja, hat er direkt gesehen. Halbräume, was Tobias auch gesagt hat. Ja. Reingeprescht direkt. Wahnsinn. Ja, du, ich wünsche dir ganz viel Glück, viel Erfolg bei deinem Debüt. Glaubst du, du kommst direkt von Anfang an oder kommst du später rein? Ja, ich glaube, wenn man das erste Mal nominiert wird, vielleicht 70 Minuten oder so. Mal reinkommen. Erstmal reinschnuppern überhaupt, sich kennenlernen. Ich weiß nicht, Ralf, du hast ja Jugendnationalmannschaft gespielt. Ja, korrekt. Hast du noch ein Wort? Ja, ich habe sehr stark angefangen und stark nachgelassen damals. Ja, aber es ging jetzt nicht um dich. Hast du noch einen Ratschlag für die nachrückende Nationalmannschaftsgeneration? Ja, wenn du jetzt so nachträglich nominiert wurdest, wie du sagst, erstmal reinschnuppern, die Jungs ein bisschen kennenlernen, halt dich fern von dem einen oder anderen. Das sage ich dir später von wem. Danke. Und ja, wenn du halt reinkommst, zeig ihnen, dass du besser bist als Messi. Du, dein fantastisches Tor hast du uns ja geschickt an eine E-Mail-Adresse. Das ist talent-at-rocket-beens.tv. Eine sehr, sag ich mal, wenig frequentierte E-Mail-Adresse. Ja, talent-at-rocket-beens.tv. Wenn ihr ähnlich spektakuläre, ich weiß, die Messlat ist verdammt hochgelegt jetzt, aber falls ihr ähnlich spektakuläre Szenen habt, die auch auf Videoform dokumentiert sind, dann schickt die bitte an uns und dann werdet ihr hier eingeladen als Studiogast. Niemand kann mehr die Nummer 1 sein. Du bist für alle Ewigkeiten die Nummer 1. Oh. Kannst du uns ein Trikot schicken hier von Havelse? Hasefeld. Ja, klar, kann ich machen. Hasefeld, Hasefeld. Kann ich machen. Wenn das dann in der nächsten Sendung hier auch hängt, dann lögt das. Ja, natürlich. Klar, man. Aber das, was du getragen hast, dann auch wahrscheinlich in dem Spiel. Wenn ich das bekomme. Welche Nummer hast du? 18. 18 wie Klinsmann? Ja. Ne? Sehr schön. Früher war die 18 die Loser-Nummer, weil je weiter nach hinten desto... Ja, ich habe meine Nummer 10 verwettet damals. Echt? Herzhaft? So läuft das noch? Aber als Linksaußen hat man ja auch nicht die 10. Genau. Ja, super, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und ganz viel Erfolg. Welchen Tabellenplatz habt ihr? Aktuell schwirren wir im Mittelfeld, also nicht so gut. Ist doch aber okay. Wenn man 3-1 verliert, trotz im Mittelfeld, ist doch nicht schlecht. Die schnuppern an den internationalen Plätzen. Oder an dem Aufstieg. Was wäre die nächste Landesliga? Was kommt dann? Oberliga. Da musst du aber auch schon weit reisen. Da kannst du ja am Wochenende nicht mehr so viel saufen. Da musst du nämlich direkt früh los und so ein Scheiß. Ja, das stimmt. Ich weiß Bescheid. Wir sind immer extra abgestiegen aus der Bezirksklasse, damit wir mehr saufen konnten am Wochenende. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Für den Moment erstmal vielen Dank, dass du da bist, Kai Ole. Wir wechseln dich gleich aus, was nicht an deiner Leistung liegt, sondern weil der Kader ist so breit, wir müssen auch andere Leute zum Einsatz bringen. Aber ganz kurz bevor wir das tun, schauen wir einmal noch mal rein, was wir von euch wollen, wenn ihr Talent habt. Das sind die sogenannten People Austin-Videos, ne? Äh, ja. Alle sind total echt krank hier dabei. Ich gucke mir auch nur die Vielfalt. So, wenn ihr euch jetzt denkt, wow, krasser Typ, der müsste eigentlich zum Fernsehen, aber sowas kann ich auch oder sogar noch besser, dann könnt ihr euch ab sofort bewerben. Unter talentatrocketbeans.tv könnt ihr ein Video schicken oder einen Vorschlag machen und uns sagen, warum ihr bei einem unserer Formate auftreten solltet. Egal, ob das bei Bonjour, Almost Daily oder sonst irgendwo ist, ob wir mit der Kamera vorbeikommen sollen, weil ihr einfach krass seid. Ihr habt einfach krasses Skills, ihr habt ein krasses Hobby, ihr könnt irgendwas besonders Gutes oder ihr seid einfach so super freshe Kerle, die einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, auf die Bretter, die die Welt bedeuten müssen, dann sagt uns Bescheid. talentatrocketbeans.tv und dann könnt ihr vielleicht auch Weltrum genießen, so wie ich mit diesem Stunt. Achtung, ich zeig's nochmal. Bist du bereit? Ja, ist schnell. Achtung. Warte. Ja, warte. Pass auf. Achtung. Hast du? Du musst die Schärfe auch machen, ne? Tja, we want you. Wie alt oder wie jung muss denn so ein Tor sein, damit man hier landet? Dein Tor, was du damals gegen Hoffenheim geschossen hast in der zweiten Liga, als du dich über außen in einem fantastischen Sport wie ein Gepard nach vorne geschoben hast, um deinen mitgelaufenen Mitspieler zu ignorieren, den Torwart zu tunneln, um dein zweites Tor in deiner Karriere zu schießen, das können wir nicht nochmal zeigen. Nicht nochmal? Nee. Wieso nochmal? Wir haben schon mal drüber geredet, aber so blumig drüber geredet, dass die Bilder in den Köpfen der Zuschauer noch präsent sind. Also das können wir leider nicht nochmal machen, lieber Ralf. Aber du kannst... Ich wollte mich nur bewerben, um nochmal kommen zu dürfen. Ja, du brauchst aber keinen Grund um zu kommen. Du bist immer herzlich eingeladen. Wirklich wahr. Habt ihr das gehört? Ja. Immer herzlich eingeladen. Ganz herzlich eingeladen ist jetzt auch unser Gast. Er ist, ich hab ihn mehrfach schon vorgestellt, er ist Erzfeind. Er knurrt sich hier schon in der Werbepause permanent mit Tobias an, denn er kommt vom Konkurrenzportal transfermarkt.de. Ganz herzlich willkommen, Jan-Henrik Luft. Jan-Henrik, herzlich willkommen. Setz dich. Mach es dir bequem auf unserer Couch. Die sieht so ein bisschen aus wie diese Casting-Couch von YouPorn. Kennt ihr die? Nee, kenn ich auch nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, Jan-Henrik, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über den Spieltag geredet. Bist du d'accord oder hast du noch was hinzuzufügen mit deiner fachmännischen Ahnung? Nö, eigentlich nicht. Tobi hat, glaube ich, alles gut gesagt. Ihr habt es auch gut gesagt. Ja. Kann man nichts mehr hinzufügen. Du bist quasi von transfermarkt.de. Das ist ein Portal. Ich kann ja mal... Es sieht so ein bisschen aus wie eine weibliche Brust. Also rein vom Traffic her, meine ich jetzt. Weil euer Traffic ist so. Das ist Sommertransfer. Und das ist Wintertransfer. So sieht's aus. Eines eurer Hauptfeatures, ihr habt viel auf der Seite zu bieten. Spieler, Profile, alles. Aber eben die Gerüchteküche ist das, was, glaube ich, saisonal unfassbaren Traffic bei euch verursacht. Immer wenn Transferfenster offen ist, gilt für Spieler als auch für Trainer, dann wird eigentlich alles, was relevant ist, bei euch diskutiert. So sieht's aus. Also besonders, wie du schon sagst, im Sommer und im Winter, da geht's hoch her. Besonders jetzt in der Gerüchteküche, aber auch auf den Profilen werden da ganz viele geklickt. Dann wundert man sich, wer ist dann plötzlich der Spieler? Weil dann irgendwo irgendwelche Medien, sei es in England, in Spanien, der dann genannt wird. Zum Beispiel Kings Lake Holmen, den hat ja lange keiner auf dem Zettel. Und dann wird er mit Bayern ins Gespräch gebracht und ja, plötzlich schießt das Profil nach oben. Die Gerüchte werden gelesen. Es werden verschiedene Gerüchte gesucht. Irgendwie nochmal weiterschauen, wer hat noch eine Idee. Welche Infos kriegen wir noch aus Italien raus? Und das liefern dann die User auch. Ganz besonders dann in der Gerüchteküche. Dann wird diskutiert und dann ja, entstehen halt diese zwei Brüste. Abgesehen so von Usern, die sich schlau machen aufgrund ihrer Vereine oder weil sie für Communio vorplanen möchten, wen kaufe ich denn? Denn wenn er wechselt, steigt der Marktwert und solchen Schniesel. Habt ihr auch so prominente Besucher? Wie, sag ich mal, nutzen auch irgendwelche Scouts oder Manager oder so von Vereinen euer Portal? Weil bei euch kommt ja alles zusammen. Also sobald jemand was in einem Vereinsforum postet, ist es bei euch. Ihr seid ja quasi die Sammelstelle für alle Informationen. Absolut. Also Scout ist ein gutes Beispiel. Viele Scouts nutzen unsere Seite. Natürlich auch viele andere Seiten, die es noch gibt. Rund um den Fußball gibt es ja auch spezielle Portale, die man gar nicht so als normaler Mensch sehen kann und welche Software ist und so weiter und so fort. Aber viele Scouts nutzen das auch. Und viele Vereine, ich habe auch schon häufiger Mails bekommen von englischen und deutschen Clubs, dass sie auch bestimmte Infos einfach von uns dann einholen, weil sie das möglicherweise gar nicht woanders bekommen. Beispielsweise Vertragslaufzeiten in England sind total unbekannt. Das geben wenige Vereine irgendwie raus. Ja. Und das haben wir halt eben dann auf Transfermarkt und können halt eben dann auch so sehen. Ja. Der Spieler hat nur noch einen Vertrag bis Sommer oder noch bis 2019. Und das können halt eben auch dann nicht rausnehmen. Und dann schreibt ihr euch an, anstatt einfach auf die Seite zu gehen. Ja, die fragen dann mal nach, wo finden wir denn diese Info? Aber klar, Manager sind auch häufiger mal auf der Seite, um sich noch Informationen zu holen. Gerade wenn man irgendwie jetzt von einem Scout hört, ich habe jetzt in der dritten griechischen Liga jemanden gefunden oder in der zweiten kostarikanischen. Mhm. Wie wäre es denn das, fragt sich dann der Manager oder der Trainer und dann geht er auf Transfermarkt und guckt danach. Wir schauen mal ganz kurz auf die Seite rauf. So sieht sie aus. Da haben wir direkt schon die erste brandheiße News. Rücktritt in Sunderland. Coach, Advokat, die Mannschaft war einfach nicht gut genug. Das erinnert mich an meinen Erdkundelehrer, der mal in der zwölften Klasse unseren freiwilligen Erdkundekurs beendet hat, aufgrund der Faulheit und Inkompetenz der Schüler. Ich war auch Teil dieser Schülergruppe übrigens und wurde selten treffender analysiert als von meinem Erdkundelehrer seinerzeit. Ich weiß nicht, sehen wir die Seite gerade oder haben wir hier irgendwelche... Das Kabel... Ich habe das Kabel rausgemacht, das lag an der Warte. Achtung, die Mannschaft war einfach nicht gut genug, weißt du? Wo ist denn hier der Dödel für die? Das hier oder was? Das ist auch drin. Da so tiefer kann ich nicht rein. Versteht ihr, ne? Ne, erklär mal. Oder liegt das an dem komischen Akku, den der Ralf hier eingestöpselt hat? Der hat einfach hier seinen privaten Handy-Akku hier reingestöpselt. Der hat alles kaputt gemacht. Da sind Viren drauf wahrscheinlich, ne? Haben wir das Bild jetzt? Nö. Rein und wieder raus. Rein und wieder raus, Gunnar. Das ist doch nichts zu fassen. So, jetzt habe ich wieder rein und wieder raus gemacht. Ihr habt nicht nur die Gerüchteküche, was sozusagen das prominenteste Feature ist. Vielleicht, ihr habt auch viele News. Also, ihr seid auch ein vollwertiges Newsportal, sag ich mal, aus der Fußballwelt. Internationaler Fußball, ja? Wer kommt da mit den Infos um die Ecke? Habt ihr Redakteure, die eigenhändig recherchieren? Oder glaubt ihr euch das auch alles irgendwo zusammen? Also, wir haben halt eben eine Redaktion, die deutsche Redaktion. Und dann haben wir eben ja noch viele weitere Portale in anderen Sprachen, in Englisch, in Türkisch, in Italienisch, in Spanisch und so weiter und so fort. Und die liefern uns natürlich auch Informationen, die wir möglicherweise gar nicht abdecken können. Also, wenn in Polen jemand entlassen wird, dann kriegen wir die Info meistens von unserem Redakteur, der halt eben dann für die Seite zuständig ist. Was aber noch viel, viel wertvoller für uns ist, sind die ganzen User-Meldungen, die wir bekommen. Also, es gibt halt eben viele User, die sich aufgrund von irgendwelchen Umständen, sag ich mal so, Auslandsaufenthalten oder sonst was, sich für vollkommen exotische Ligen interessieren. Groundhopper. Groundhopper. Wir haben User, die uns regelmäßig mit Infos über die albanische, über die kostarikanische, saudi-arabische, iranische Liga versorgen. Und so kriegen wir ganz viele Infos halt eben auch von denen, was halt für uns ein absoluter Mehrwert ist, weil das können wir ja gar nicht alles abdecken. Und dafür sind es zu viele liegen in dieser Welt. Also, ihr seid schon so ein bisschen auch auf Schwarmintelligenz auch, sag ich mal. Also, ihr seid ein Portal, was die Leidenschaft und das Know-how der Leute da draußen auch wirklich dann nutzt, um hochwertige Inhalte auch zu präsentieren. Auf jeden Fall. Also, die User sind das Wichtigste für uns, ganz klar, weil sie liefern uns so viele Sachen, das können wir gar nicht selbst abdecken. Also, ich habe vorhin nochmal geschaut, 900.000 Spielberichte, 40.000 Trainer, 390.000 Spieler, die können wir gar nicht selber alle eintragen. Klar. Das geht ja gar nicht. Und da haben wir eben diese riesige User-Charge, die einfach ein Interesse daran hat, dass ihr eigener Verein, sei es jetzt in der sechsten Liga in Lüheburg oder in der ersten kostarrikanischen Liga, einfach das dann zu zeigen und auch auf dem deutschen Markt dann präsentieren zu können. Und das hat eben die perfekte Möglichkeit. Und dann, so kriegen wir halt eben natürlich dann viele neue Infos. Das hat eben ganz klasse an den User. Wie hat die Seite sich entwickelt? Wie habt ihr mal angefangen? Und wie hat sich das, also, in den letzten Jahren, ich weiß zum Beispiel, ihr habt dann mal irgendwann angefangen, eine Koop zu machen mit einer großen deutschen Tageszeitung, die nicht unumstritten ist, manchmal auf Spielerärmeln, ja, auch prangt an gewissen Spielern. Mit denen habt ihr dann mal eine Koop irgendwie gemacht? Also, das ging stetig bergauf bei euch? Also, eine Kooperation ist möglicherweise das richtige Wort. Also, Axel Springer Verlag hat eben vor einigen Jahren Anteile gekauft, aber hat dem entsprechend eigentlich gar keine redaktionelle Beeinflussung, sage ich mal so, sondern das ist einfach eine strategische Richtlinie, die man da fährt. Aber ansonsten haben wir dann, haben wir jetzt keine, also, die Bild oder die Sportbild, sagen wir jetzt mal so, die kommen jetzt nicht zu uns und sagen, mach das doch mal bitte so, sondern das entscheiden wir alles selbst, ganz klar. Die Seite selbst gegründet wurde im Jahr 2000 von dem Geschäftsführer Matthias Seidel und hat sich über Jahre einfach immer mehr entwickelt. Anfangs, weil er als Werder Bremen-Fan in Hamburg lebend keine Informationen über Werder Bremen bekommen hat. Und da hat er dann einen Transfermarkt gegründet, um halt eben mit Leuten zu diskutieren. Das hat sich über die Jahre einfach absolut dann, ja, ist immer mehr geworden. Ja, durch die Decke gegangen. Durch die Decke gegangen. Es gibt jetzt ein ganz prominentes Gerücht. FC Liverpool, ja, hat seinen Trainer Brandon Rodgers entlassen nach dem 1 zu 1 im Derby gegen Everton. Das ist ja eines der ältesten Fußball-Derbys überhaupt. Und ein 1 zu 1 reichte offensichtlich nicht für den etwas kriselnden Verein. Ich glaube, nur sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Kann das sein? Ja, oder vielleicht acht. Oder acht. Aber nicht so viel. Nee, aber es war, glaube ich, jetzt einfach dieses 1 zu 1 gegen Everton war jetzt der berühmte Tropfen. Und wer das, das Fass hat überlaufen lassen. Also da sind einfach in den letzten Jahren so viele Sachen einfach passiert beim FC Liverpool, die jetzt einfach irgendwann sich so aufgebauscht haben. Und da jetzt, klar, ein Unentschieden gegen Everton ist absolut in Ordnung. Aber vorher gab es ein peinliches 1 zu 1 im Europa League gegen Sion. Dann gegen Viertligisten nur im Elfmeterschießen weitergekommen im Pokal. Das sind, glaube ich, so ganz viele Punkte einfach, weswegen man dann irgendwann sagt, wir haben jetzt gerade die Länderspielpause vor der Brust. Wir haben jetzt zwei Wochen Ruhe, wo wir mit den Spielern ganz viel arbeiten können. Und das ist natürlich dann die Möglichkeit, diesen Schritt zu ziehen. Möglicherweise schon etwas zu spät. Meinst du, die hätten das gemacht, wenn er gewonnen hätte? Das klingt ja schon sehr auf lange Hand kalkuliert, so mit der Länderspielpause und so. Vielleicht. Ich glaube es aber nicht. Das wäre einfach auch nicht so ein guter Stil. Wenn ein Trainer gewinnt, dann lässt man es. Aber das ist doch immer so abstrus. Das sieht man ja jedes Jahr wieder. In Hannover habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist auch so. Alle warten nur noch drauf. Und wenn dann so ein Sieg kommt, der kann ja auch quasi die Planung zerschießen. Dass du eigentlich hinter den Kulissen schon viel weiter bist und dann verliert er einfach nicht mehr. Dann wartest du nur auf das Momentum. Das stimmt. Aber es hat eben jetzt nicht so eingetreten. Deswegen hat man sich dann für den Schritt entschieden. So ist es. Und der Grund, weshalb ich das jetzt thematisiere, ist nicht nur der, dass jetzt Brenton Rogers in Liverpool gefeuert wurde, sondern dass es eine sehr interessante Nachfolgediskussion gibt. Und zwar Jürgen Klopp. Da sind die englischen Boulevardzeitungen voll der Wortspiele. Denn Jürgen Klopp und The Cop, quasi die älteste, berühmteste, legendärste Stehplatz-Tribüne im Liverpooler Stadion, die es jetzt nicht mehr gibt. Denn ja, da schüttelt der Mann von Milan zwar natürlich mit dem Kopf, aber gibt es in der Form nicht mehr. Also es ist jetzt eine Sitzplatz-Tribüne. Aber das ist schon quasi auch eine legendäre Tribüne mal gewesen. Und Klopp und Cop bieten sich Wortspiele an. Jürgen Klopp, ganz heißer Kandidat. So heiß, dass einige Wettanbieter in England eigentlich schon mal die Wetten gar nicht mehr annehmen. Ja, die sagen, nee, ist mir zu riskant. Das ist Dings durch. Hast du Informationen? Also in dem Sinne nicht. Natürlich wird in den englischen Medien alles heißer gekocht, als letztendlich gegessen wird, klar. Jürgen Klopp wird schon seit längerer Zeit oder seit dem Moment, wo klar wurde, Jürgen Klopp verlässt Dortmund, wurde er immer schon als Nachfolger in Liverpool gehandelt. Auch weil es einer der wenigen Klubs war, wo er irgendwie hinpassen würde. Wenn man jetzt nur sagt, klar, St. Pauli gibt es auch noch. Aber die gelbe Wand in Dortmund ist ja jetzt auch sehr besonders. Und diese Leidenschaft, die Klopp irgendwie über die Jahre mit Dortmund erzeugt hat. Und einfach diesen Fußball, der ja einfach über die letzten zehn Jahre kein anderer Verein hat Bayern München so sehr ärgern können, auch wenn es jetzt gerade eine Fünferste Niederlage gab am Wochenende. Aber trotzdem war Dortmund ja immer das Maß aller Dinge, wenn es um die Konkurrenz gegen Bayern München geht. Und das ist ja auch Jürgen Klopp zu verdanken. Dieser leidenschaftliche Mensch, der an der Seitenlinie hoch und runter springt. Und das passt natürlich dann irgendwie auch nach Liverpool, wo man irgendwie auch sehr viele leidenschaftliche Fans hat. Und Brandon Rogers ist eher doch der ruhigere Brite, der nicht jetzt auf und abspringen würde wie an Jürgen Klopp und der dann die Leidenschaft nicht so rüberbringen kann, wie es dann die Liverpool-Fans möglicherweise fördern. Wenn ich noch kurz noch sagen kann, den schönsten Hashtag heute, weil Jürgen Klopp hat ja in Dortmund immer dieses Pöler-Klappe. Ja, Pöler. Pöler. Stimmt. Die Wortspiele sind immer so fantastisch. Übrigens, wo du gerade bei Hashtag bist, Hashtag für unsere Sendung ist natürlich Bundesliga. Macht total Sinn, in der 88-Minute das Hashtag zu verraten. Aber es ist ja immer bleibend. Also es wird jeden Montag mehr oder weniger strapaziert von uns genutzt. Bundesliga. Hashtag für Twitter. Kennt ihr Twitter? Probiert das mal aus. Das ist sehr gut. Twitter macht Spaß. Genau. Bundesliga ist unser Hashtag. Kennst du dich gut aus mit der englischen Liga? Ihr seid ja auch umtriebig selbstverständlich bei der, sag ich mal, weltweit populärsten und finanzstärksten Liga der Welt. Habt ihr natürlich auch einiges zu zu sagen. Also ja, wir haben halt eben ganz viele Statistiken rund um die Premier League, rund um die Bundesliga, rund um jede Liga. Und da können natürlich auch viele Schlüsse jetzt gezogen werden, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass die Premier League in der Krise ist oder ob sie es nicht ist. Das ist nämlich eine gute Frage. Weil also die Premier League als Liga in der Krise ist eine Sache. Das andere ist einzelne Vereine in der Premier League in der Krise. Chelsea zum Beispiel. Ei, ei, ei. Was geht da ab? Mourinho, ein arger Bedrängnis, hat jetzt sich vor Pressevertretern geäußert und gesagt, ich trete nicht zurück. Also er ist schon in einer Situation, wo er mit der Frage konfrontiert wird, ob er zurücktreten möchte. Er hat gesagt, natürlich Mourinho tritt nicht zurück. Er sagt, es gibt keinen Trainer, der besser ist als er. Es gibt Trainer auf Augenhöhe, aber es gibt keinen, der besser ist. Und er lebt den Verein sehr und deswegen tritt er natürlich nicht zurück. Die Frage ist, wird er irgendwann zurückgetreten? Chelsea hat ganz, ganz schwer und auch in der Champions League bisher Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Genau. Es liegt halt eben daran, dass Rossi Mourinho über die Jahre durch seine Art und Weise, wie er eben ist, The Special One, ganz viel abhalten kann von der Mannschaft. Und weswegen er auch so viel Erfolg hatte beispielsweise. Und jetzt hat man eben zum Start dieser Saison ganz viele Probleme schon bekommen. Man hat gegen Manchester City 3-0 verloren, gegen den ärgsten Meisterschaftsrivalen, sag ich mal so, gleich zu Saisonbeginn. Hat Probleme abseits des Platzes bekommen mit einer Feminismusdebatte mit der Mannschaftsärztin, die dann irgendwie nicht mehr aufs Feld durfte, weil Mourinho das nicht mehr wollte. Das hat sich dann in England total aufgebauscht. Da gab es auch Spieler, die halt eben damit unzufrieden waren. Diego Costa hat wieder eine rote Karte bekommen, beziehungsweise wurde gesperrt. Und das sind so ganz viele Punkte. Nach dem Arsenal-Spiel. Genau, nach dem Arsenal-Spiel wurde nachträglich gesperrt. Und das sind so ganz viele Punkte, die einfach dann auch möglicherweise auch selbst den FC Chelsea zum Banken bringen. Und dann, wenn man dann nur die Champions League blickt, dann ist halt eben, das ist ja nichts gegen den FC Porto. Dann konzentriert man sich eher lieber auf die Liga und sieht das Champions-League-Spiel gegen Porto als nicht so wichtig, wie das anstehende Ligaspiel, was natürlich dann auch verloren ging, was natürlich noch genauso doof ist. Ist das in England tatsächlich ein anderer Stellenwert? Also hier in Deutschland hat man das Gefühl, Champions League ist das Allerhöchste. In England, gilt auch für den UEFA Cup, da gerade noch schlimmer als in der Champions League, wird da gerne mal eine B-Mannschaft aufs Feld geschickt. Ist die Liga da so populär, dass man international gar nicht diesen Stellenwert einräumt? Ist genau so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Mourinho gewesen ist oder Wenger. Und irgendeiner hat mal gesagt, Liga-Pokal, Europa League, ganz unterste Stelle, dann der FA Cup-Sieg, also der Pokalsieg, dann die Champions League und dann die Premier League. Also es gibt nichts drüber. Und man kann halt eben jetzt zum Beispiel über Steven Gerrard reden, der alles gewonnen hat mit Liverpool, außer den Titel, den Meisterschaftstitel. Und deswegen gilt er als nicht vollständig. Was so knapp war, letztes Jahr war es, ne? Vorletztes. Vorletztes Jahr, als er im Prinzip den Bock geschossen hat da hinten und ein Gegentor daraus resultierte. Und Liverpool war ja lange vorne. Genau. Und kurz vor Schluss noch, das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Genau. Und deswegen ist er nicht der Vollständige und wird immer auch jetzt, weil er ausgerutscht ist, Slippy G genannt. Und die Premier League hat absoluten höchsten Stellenwert. Auch aufgrund des TV-Deals, den die Premier League ja ab der nächsten Saison haben wird. Ja. Noch mehr Milliarden werden in die Vereinskassen gespielt werden. Und da sieht man ganz genau diesen Stellenwert. Die Champions League ist natürlich toll. Und es ist toll, dass man da irgendwie regelmäßig mitspielt. Klar. Aber die Premier League, also ganz klar, da geht nichts drüber. Das merkt man auch. Weswegen dann möglicherweise die Mannschaften dann auch nicht so motiviert sind gegen Olympiakos, Pireus dann möglicherweise nicht mit den 100 Prozent zu spielen, wie es dann möglicherweise bei Arsenal jetzt drei Tage später gegen Manchester United 3-0 zu gewinnen. Das merkt man ganz klar. Ja. Arsenal übrigens mal wieder ein Spitzenspiel gewonnen. Das ist ja auch eine Sache, die man Arsenal immer vorgeworfen hat in den letzten Jahren, dass sie zwar viel Talent haben, aber in den entscheidenden Spielen, so ein bisschen an der Personalie Mesutöse kann man das festmachen, dem das ja auch immer nachgesagt wurde, in großen Spielen versagt man dann. Und jetzt nach der Niederlage gegen Chelsea hat man 3-0 zu Hause gegen Manchester United gewonnen. Das war wichtig, oder, für Arsenal? Ganz, ganz wichtig, weil Arsene Wenger auch wieder wie immer, der steht ja gefühlt andauernd in der Kritik, wenn es bei Arsenal nicht läuft. Und jetzt auch nach der Niederlage gegen Pireus, die ja sehr, sehr peinlich war. Pireus hat noch nie in England gewonnen. Und dann gewinnen sie eben im Emirates. Und dann dieser 3-0-Sieg war sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt wieder oben mit drin ist und eben auch gezeigt hat gegen Manchester United, der Tabellenführer ja als Tabellenführer nach London gekommen ist. Ganz klar, das war ein richtiger Schritt für Arsenal und auch für Mesut Özil. Ja, der Tor gemacht hat und eine Vorlage. Genau. Eine Sache neben der Gerüchteküche, die bei Transfermarkt natürlich so ein bisschen euer Alleinstellungsmerkmal ist, ist die Marktwertanalyse. Man sagt immer so, der ist aber auf Transfermarkt nur 4 Millionen wert. Ralf zum Beispiel hat ein völlig unterbewertetes Profil. Wie berechnet ihr diese Marktwerte, auf die sich ja so viele Leute auch immer beziehen? Das ist ja eine unfassbar verantwortungsvolle Aufgabe. Also es startet quasi so, dass jeder User hat die Möglichkeit in dem Forum der Marktwertanalyse teilzunehmen und dort mit triftigen Gründen zu sagen, Ralf Gunisch ist 30 Millionen Euro wert. Und die dann halt eben dann irgendwie, also die muss man eben auflisten. Und dann gibt es halt eben User, die sagen, Ralf Gunisch ist weniger wert. Und dann entsteht dann quasi ein Mittelwert. Und dann gibt es halt eben noch ein Experten-Team intern mit Usern und Experten, die schon länger dabei sind. Und die bewerten halt eben nochmal den Marktwert anhand der Analyse der User. Und dann entsteht dieser Marktwert, der halt eben, ich sag mal so, für den Vergleich ganz, ganz wichtig glaube ich ist. Die Summe ist natürlich auch immer wichtig. Und es ist immer, es ist besonders, wie häufig wir auch dann richtig liegen und die Spieler auch teilweise marktwertgerecht dann wechseln. Max Kruse für 12 Millionen zu Wolfsburg hatte einen Marktwert von 12 Millionen. So als Beispiel, aber wir liegen halt natürlich manchmal daneben. Aber häufig ist halt eben so, dass es auch einen guten Vergleich gibt. Also wenn du zum Beispiel den Eckdahl nicht kennst, der dann zum HSV wechselt, dann kannst du halt eben erstmal nachsehen, wie viel ist der denn jetzt ungefähr wert. Dann kann man sich schon mal orientieren, an welchem Niveau man sich dann jetzt irgendwie, wie man gerade ist. Also das ist ganz klar. Ist das manchmal so, dass Manager, wenn die vielleicht einen Spieler verkaufen müssen und da kommt jemand an und sagt, ja ich biete 7 Millionen für Ralf Gunescht und dann guckt ihr und seht, der ist aber 30 Millionen wert. Also benutzen die das seriös, ernsthaft auch irgendwie in ihren Verhandlungen? Weil das ist ja rein virtuell, so ein Marktwert. Also der hat einen Wert für den abgebenden Verein, der hat einen Wert für den aufnehmenden Verein. Wenn das jetzt eine bestimmte Position ist, die in dem Verein fehlt, ist der vielleicht diesem einen Verein mehr wert, als er eigentlich wert wäre als Beispiel. Aber kommt es vor, dass sich Leute an euch bedienen? Ne, also vielleicht, ich weiß nicht. Wir sitzen leider nicht mit drin in den Konferenzräumen, wenn dann die Manager dann was ausfeilen. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber es kommt halt eben schon mal vor, dass es halt eben ganz krasse Abweichungen gibt. Manchester United ist ein gutes Beispiel. Denen Anthony Martial von Monaco für 50 Millionen Euro holen, den kannte Wayne Rooney nicht mal vorher. Und der hatte bei uns zu dem Zeitpunkt einen Marktwert von 8 Millionen. Und den hat er aktuell noch, weil das nächste Update noch fehlt. Das kommt noch für die Marktwerte. Und das ist so ein Beispiel, wo man eben ganz klar sagt, dann gibt es halt eben auch Marktwertunterschiede. Und England ist natürlich auch ein schwieriges Beispiel, weil da ja häufig auch Spieler wechseln, die bei uns einen völlig anderen Marktwert haben. Kevin de Bruyne ist ein gutes Beispiel. Son, 30 Millionen wäre innerhalb der Bundesliga mit Sicherheit nicht gezahlt worden. Aber ist das für euch nicht jetzt eine riesen Herausforderung durch diesen TV-Vertrag in England? Wird jetzt ja, sag ich mal, punktuell in der englischen Liga auch der Marktwert völlig verwässert. Also die haben so unfassbar viel Geld in Kombination mit, da gab es von Jens Lehmann ja auch eine Aussage, vielleicht nicht so viel Kompetenz an der einen oder anderen Stelle, was ein harter Vorwurf ist. Aber das kann jetzt jurisch sein, dass ein Spieler jetzt in der englischen Liga einen ganz anderen Marktwert hat, als er in der deutschen hat. Und also, kriegt ihr da Probleme? Das werden die nächsten Jahre jetzt sehen. Also das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht sagen. Wir haben das ja das Problem, dass die Premier League noch nicht das Geld hat aus diesem riesigen TV-Deal. Das steht uns ja noch alles bevor. Das kann man, glaube ich, aktuell noch nicht sagen. Aber es zeigt ja schon, dass ein Kevin de Bruyne möglicherweise nicht für 75 Millionen zum FC Bayern gewechselt wäre, aber für Manchester City, weil er ja eine vollkommen andere Marktwert für den fiesen Verein hat. Weil Manchester City ja immer noch die Nummer zwei in England, in Manchester immer noch ist. Und Kevin de Bruyne halt einen völlig anderen Marktwert hat. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, das dann irgendwie zu sehen. Aber was erwarten wir denn? Also du sagst es selbst, der TV-Vertrag hat seine Flügel noch gar nicht so wirklich entfaltet. Genau. Das wird erst in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. So sieht es aus. Was erwartet uns denn noch an Irrsinn? Das Problem des englischen Fußballs ist, dass man jetzt möglicherweise an einem Punkt ist, wo die Blase schon so groß ist, dass man eigentlich nur noch mal mit einer Nadel gegengehen muss und es platzt alles. Weil der englische Fußball ganz krass darunter leidet. Weil der kurzfristige Erfolg ist viel, viel wichtiger als der langfristige Erfolg in England. Das hat man ja in Deutschland ja gehabt, dass man nach der EM 2000, die ja sehr, sehr furchtbar war, dass man gesagt hat, wir machen jetzt anders, wir rüsten jetzt um, wir setzen jetzt mehr auf eigene Talente. Es gibt so viele tolle deutsche Vereine, die ja auf Talente gesetzt haben und über die Jahre sehr erfolgreich gewesen sind. Wenn man sich mal so den WM-Kader ansieht oder die WM-Mannschaft dann von Deutschland 2014, da waren ganz viele Spieler, die einfach ganz so jungen schon in die Bundesliga gebracht worden sind. Und das hat die Premier League aktuell nicht. Da werden eben junge englische Spieler für solche Summen gezahlt. Ja, das ist einfach unfassbar. Und da muss man schauen. Und der englische Fußball ist aktuell im Wandel. Und ganz viele Engländer oder Experten sagen halt eben, es muss auch langsam wieder aufhören. Und es gibt halt eben jetzt auch bestimmte Regeln, die zukünftig dafür sorgen sollen, dass nicht mehr jeder ausländische Spieler sofort in die Premier League wechseln kann, sondern nur noch die Besten unter bestimmten Regularien. Aber es gibt ja schon Regularien, dass zum Beispiel die Aufenthaltsgenehmigung ist ja teilweise für junge Spieler ganz schwierig. Wenn du noch nicht irgendetwas Besonderes geleistet hast, dann hast du unter Umständen gar nicht die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das ist ja auch oft ein Riegel. Das stimmt. Aber das reicht ja anscheinend trotzdem nicht. Vor letztes Wochenende haben wir nur 60 englische Spieler in den zehn Partien. Das sind zehn Partien ja immer. Also drei englische Spieler sind nur für den jeweiligen Klub aufgelaufen. Das ist ein absoluter Negativwert in den letzten Jahren. Und da sind die Leute echt besorgt. Und man will halt eben dem entgegenwirken. Man will wieder mehr die englischen Italienlände fördern. Das Problem ist halt eben nur, das wollen die Investoren nicht. Die halt eben nach Asien schienen, die nach Afrika, nach Amerika schienen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil man oft das Gefühl hat, ja, zuletzt bei Chicharito, der Volksheld in Mexiko hatte man auch das Gefühl. Okay, der hat beim Real Madrid gespielt, bei Mani gespielt, jetzt bei Leverkusen. Das ist nicht nur ein sportlicher Aspekt, sondern man erschließt sich da mit einem kompletten asiatischen Markt. Ich kenne das am eigenen Leib, wenn früher ein Michael Ballack zu Chelsea gewechselt ist, dann hat man viel mehr Chelsea-Spiele geschaut, um zu gucken, wie macht sich der Junge da. Das ist natürlich ein Effekt, den hast du mit einem Heuminson. Der hat aus Hamburg nicht nur die Stärke eines tollen Offensivspielers mitgenommen, sondern eben auch eine Handvoll südkoreanischer Sponsoren, die dann nach Leverkusen und jetzt nach Tottenham weitergezogen sind, weil der Fokus auch der TV-Übertragung der Sponsoren in Südkorea dann bei dem Verein liegt, wo er spielt. Und wenn du dann in einer Liga wie der englischen ganz viele ausländische Spieler hast aus allen Herren Ländern, dann hast du natürlich auch ein gewisses Interesse in den jeweiligen Ländern, an der Premier League. Ist das auch ein Faktor? Ein riesiger Faktor. Also man sieht es halt eben jedes Wochenende tingeln, aus der ganzen Welt Leute nach England nur zum Fußball gucken. Also es ist ein riesiges Tourismus-Projekt oder Produkt der englischen Wirtschaft geworden, dass die Vereine halt eben Wissen um den Stellenwert des Fußballs und dementsprechend auch halt eben die Marketing, die Merchandienpreise nach oben gehen. Und man sieht das ganz klar, dass halt eben ein Son, wenn er nach Korea geht, dann natürlich auch aus Leistungspunkten geholt wird, aber ganz daraus den Marketing-Aspekt. Da sind halt eben ganz viele Punkte dabei. Das hat eben, ein Abramowitsch holt halt eben auch ganz viele Leute, wo er halt eben weiß, da gucken die halt eben auch nochmal mit drauf. Afrikanische Fußballer sind sehr beliebt, weil halt eben auch der afrikanische Raum so mitgenommen werden kann. Der skandinavische Raum ist sehr beliebt, werden auch halt regelmäßig Spieler geholt. Das ist schon ein riesiger Aspekt, weswegen man auch da so einkauft. Man sieht es halt eben, das ist eine absolute Tourismus-Liga geworden über die Jahre. Das ist Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, einer White Hart Lane, also dem Stadion von Tottenham, sind die Selfie-Sticks jetzt verboten. Ist das so weit, ja? Gott sei Dank. Ich dachte, die werden in die Sitze integriert schon, dass man die nur noch so ausfahren muss. Genau. Aber das ist zum Beispiel Amerika. Das ist ja auch ein riesiger Markt, ein reicher Markt, ein wachsender Fußballmarkt. Bisher steht natürlich im Schatten der vier, fünf großen anderen Sportarten. Aber da ist es ja auch so, ich glaube, Fox hat die Übertragungsrechte für die Bundesliga gekauft. Und das ist lächerlich. Also 40.000 Leute oder was gucken in Amerika die Bundesliga, die natürlich auch relativ parallele Anstoßzeiten mit der Premier League hat. Die natürlich dann durch die Zeitverschiebung auch nicht die bequemsten Zeiten sind. Aber sagen wir es mal auf gut Deutsch, die Bundesliga verreckt in den USA angesichts der Premier League. Genau. Unter dem Aspekt, dass eben auch ganz viele amerikanische Spieler ja auch früher lieber nach England gewechselt sind aufgrund der Sprache. Landon Donovan hat es bei Bayern nicht gepackt. Natürlich kamen irgendwann so Leute wie Michael Bradley noch nach, die es dann auch irgendwann geschafft haben in der Bundesliga. Bei Gladbach damals, ja. Genau, bei Gladbach. Aber trotzdem ist dieser englische Markt halt eben immer noch so präsent. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass wenn man mal sich zurückschaut, die Premier League ist jetzt irgendwie Anfang der 90er gegründet worden. Vorher war es ja die First Division, dann wurde es die Premier League. Sky hat da den Laden groß gemacht. Und dann hat man diesen fantastischen Fußball, dieses Kick and Rush, dieser schnelle Fußball, was irgendwie in der Bundesliga, wenn man sich die Bundesliga damals anschaute, du wirst es möglicherweise ja auch aus dem Volksparkstadion noch wissen, da haben sich dann 15.000 Leute an einem regnerischen Samstag im November hinbegeben. Und in der Premier League waren die Stadien voll. Und dann gucken natürlich alle Leute lieber dahin. Und das ist einfach ein Problem, was einfach so entstanden ist. Auch für den englischen Fußball, wenn man jetzt mal die Spätfolgen davon sieht. Und ja, ganz klar sieht man, dass immer noch die Englische oder die Amerikaner immer lieber noch den englischen Fußball gucken als den Deutschen. Möglicherweise auch wegen der Sprache. Möglicherweise auch wegen der Sprache. Sollte man nicht unterschätzen. Englisch ist die universelle Sprache. In Amerika ist sie sogar Amtssprache. Man glaubt es nicht. Das ist mit Sicherheit auch ein Faktor. So, wir nähern uns ein bisschen der Nachspielzeit. Wir haben eine Sache noch nicht gemacht. Hast du aufgepasst, Ralf? Ich habe aufgepasst. Weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Das Länderspiel. Das Länderspiel ist richtig, ja. Aber da haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit für. Aber die Antwort ist richtig. Länderspiele, Deutschland qualifiziert sich, ist glaube ich klar, ne? Oder? Gegen Gibraltar spielen wir noch, ne? Das letzte Spiel ist Gibraltar. Das wird nochmal eine knappe Kiste. Das wird richtig knapp. Das wird eine enge Kiste. Aber jetzt? Gegen wen spielen wir in Schottland oder was? Irland. Irland. In Dublin. Ich bin schon wieder im Kopf wie schon bei der Europameisterschaft. Weil die letzte Hürde ist genommen, ne? Also ich glaub, da brennt nichts mehr an. Aber deswegen reden wir nicht so lange über das Länderspiel, weil das glaube ich sportlich jetzt nicht so, ne? Wir wollen lieber... Was? Die Sendung ist vorbei. Ja, aber ich weiß. Ich überziehe jetzt nämlich. Weil jetzt kommt nämlich nochmal der Zug reingefahren. Achso. Der Held des Tages. Der Hürde. Unser Liebling... Genau. Unser Liebling der Woche. Da kommt er nochmal reingerollt in seinem blauen Lokomotivchen. Das ist er! Und ganz ehrlich, ihr werdet ihn vielleicht nicht sofort erkennen. Das ist ein absoluter... Ein enfant terrible meiner Kindheit. Es ist selbstverständlich Thorsten Legert. Der Mann, der früher gespielt hat für Werder Bremen, auch für Schalke 04. Der mal gefragt wurde, Herr Legert, warum tragen Sie die Nummer 10? Und er antwortete mit Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen! Der Mann, der nackt in ein leeres Entmüdungsbecken gesprungen ist, um sich zu verletzen. Der Mann ist Trainer beim FC Remscheid geworden. Und da gibt's auch eine Pressekonferenz, die könnte ich euch leider nicht mehr zeigen. Wir dürfen eh nicht abgreifen, weil die Technik versagt hat. Aber schaut's euch an auf YouTube, FC Remscheid, Trainer Thorsten Legert. Und pass auf, ganz kurz. Zwei Minuten, Ralf. Zwei Minuten jetzt. Oder anderthalb. Anekdoten über Thorsten Legert von dir. Bitte. Let's go. Also erstmal, Thorsten Legert hat einen wahnsinnig starken linken Fuß gehabt. Also der hat einen wahnsinnigen Schuss gehabt. Nein, meine Lieblingsanekdote ist einfach, kommt aus der Medizin. Thorsten Legert war angeschlagen, verletzt, hatte Schmerzen. Was selten vorgekommen ist. Thorsten Legert ist nicht verletzt. Richtig. Und wurde vom Trainer oder vom Mannschaftsarzt zum MRT geschickt. Weißt du, dann legst du dich ja in die Röhre und dann wird's laut und dann bekommst du die Bilder und kriegst die Ergebnisse. Dann ist am nächsten Tag zum Training und geht zum Trainer und sagt, Trainer, ich war gestern in der Röhre. Und wie sieht's aus? Ja, er ist schon besser geworden. Der Schmerz ist weg. Er ist halt fest davon ausgegangen, dass diese Röhre therapeutischen Zwecken dient. Da sind wir wieder beim Mental. Der Geist liegt über den Körper. Wichtig ist einfach, dass er denkt, dass es ihm geholfen hat. Ach shit man, wir müssen aufhören. Wir müssen zum Ende kommen. Das ist doch echt eine Frechheit. Das finde ich nicht gut. Abpfiff ist, nächstes Mal besprechen wir noch ein paar Anekdoten über Thorsten, ein fantastischer Mensch. Jan-Henrik, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Viel Erfolg mit Transfirmarkt.de. Ich bin jeden Tag bei euch auf die nächsten zehn Jahre. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank, Ralf. Toll, dass du da warst. Komm bitte häufiger wieder. Wir lieben dich alle. Vielen, vielen Dank, Tobias. Heute warst du wieder ein bisschen stiller. Nächstes Mal holen wir das nach. Da hast du wieder mehr Redeanteil. Und ganz herzlichen Dank auch an euch fürs Zusehen. Jetzt geht's weiter, glaube ich, mit den News oder was. Irgendwas anderes als Bundesliga. Und heute Abend bin ich bei Gunnar zu Gast. Freuen wir uns. Weil wir müssen reden um 22.30 Uhr. 22.30 Uhr live. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Raus, Raus, Raus. Raus, Raus. Das Spiel ist Raus. Jetzt ist es verbrannt. Ja. 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 Und doch mal ja. Bir Judah. Untertitelung des ZDF, 2020